Erziehung hat zu tun mit Lachen. Erziehung in der Pubertät hat zu tun mit Lachen, mit Humor, mit Leichtigkeit. Ein Meeting nach dem anderen, ja, aber sowas richtig Greifbares ist nicht wirklich da. Die normale Varianz, die normale Unterschiedlichkeit der Kinder ist zwischen zehn Monate. Meine Kinder können mit zehn Monaten schon laufen, sind normal. Und zwischen 20 Monaten sind auch normal. Und viele Berufe sterben auch aus. Meine Frau ist Bibliothekarin gewesen, die hat jetzt zum 1.9. aufgehört und hinterher wird so halb zugeschlossen. Ja. 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 Ja.